Das ist eine schöne Gitarre. Die habe ich von Buddy Holly. Das Lied heißt, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Komm, nimm schon den Lappen und wisch den Tisch ab. Baby, Baby, dein ewiges Nein muss nicht sein. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir gekauft. Er ist kariert, deine Lieblingsfarbe kariert. Ich habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas, beim Fernsehgucken. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir mit Liebe gekauft. Baby, 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 nein muss nicht sein. Sag ja zum Leben, nimm den Lappen und wisch den Tisch ab. Ich kann es doch nicht, ich bin nur ein Mann, der nicht richtig putzen kann. Ich habe gestern noch einen Kringel gemacht mit dem Bierglas auf dem schönen Makakonitisch, beim Fernsehgucken in der Nacht, ich sehe doch gern die Sendung mit mit den vielen Tietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietiet Er zeigt uns, wie die Tiere leben auf Kalapagos, die vielen, vielen Schilddrüsen, Schildkröten, die dort ihr Zuhause haben neben dem Waraner oder in Afrika Kamele und Dromedare. Die Dromedare haben nur einen Buckel, Kamele haben zwei, zwei Buckel ist nicht mehr, denn in einem Dromedarbuckel ist dafür etwas mehr Fettgehalt. Diese Tiere leben in der Wüste und müssen sich ihren, äh, Wasserhaushalt lange anspeisen. Sie tragen ihn auf dem Rücken, die Getränke auf dem Rücken, die Getränke auf dem Rücken, sie tragen die Getränke auf dem Rücken. Das kann ich nicht. Oder aber auch die Schlangen, wie sie sich fortbewegen durch sogenannte Schlangenbewegungen. Aber auch die kleinen Tiere sind gerne gesehen in den Fernsehsendungen. Es dreht sich um Termiten und Ameisenhügel. Termiten, 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 ja, Termiten, ja, Termiten. Ich hatte einmal Termiten im Bein. Das war nicht sehr gut. Sie hatten sich so wohl gefühlt und dort eine Burg gebaut. Und da hat des Knies eine Burg. Und dann, 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 da, 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 da. Nein, 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 lass es nicht sein, dein ewiges Nein. Du lachst mich aus, weil ich nur ein Mann bin und nicht richtig putzen kann. So wie du, Schatz, 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 Schatz. Baby, Baby, dein ewiges Nein. Ich muss es. Solo. Ich bin schon, das war's. Kariertes Spültuch. Ich habe es mit 40 Grad gewaschen gestern mit. Colortab. Ich habe danach in dein Handtuch gebrotet, damit es nicht in der Sonne bleibt. Schöne, kariertes Spülantuch, doch nicht in der Sonnebleich. Oh. Beethoven. 249. Seite 249. Warte mal, ich muss eben hier noch was ändern. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.